Musik Applaus Applaus Wir begrüßen uns Asal Rechan, Lada Yuskoba Applaus Aus Belgien Tess Mogensen Applaus Aus Deutschland Maria Kadomina Applaus Aus Bulgarien Silvia Miteva Applaus 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 Melissa Perez Applaus Applaus Aus Finnland Juki Tikan Applaus Applaus Wir begrüßen ganz herzlich aus Deutschland Laura Jung Applaus Unsere nächste Starterin wird nicht mit einlaufen, weil sie gleiche Wettkampf die erste ist Denn noch mal herzliches Willkommen aus Deutschland Jana Beretsko Magander Applaus Applaus Aus Deutschland Herzlich Willkommen Daria Seifekinova Applaus Auf die nächste Starterin nicht beim Einlauf mit dabei, trotzdem ein herzliches Willkommen aus Israel, Natani Mendelssohn Applaus Applaus Immerhin aus Israel herzlichen Herzlich Willkommen von Victoria Adar, Ragnar, Tiranowski Applaus Applaus Ein herzliches Willkommen aus Kasachstan, Arja Asimov Applaus 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 Anna Tscherneska Anna Tscherneska Applaus Aus Russland Die zweifache Wettmeisterin, Margarita Namun Applaus 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 Wir begrüßen ganz herzlich aus Usbekistan, Djamila Sakratova Auch sie nicht im Einlauf mit dabei, da sie auch gleich starten würde Und wir freuen uns aus Deutschland im Rahmenprogramm unsere Junioren dabei zu haben, Fjada Marti Applaus Applaus Und ebenfalls aus Deutschland herzlichen Willkommen, Karin Swirnov Applaus Applaus Und wir haben nicht nur Einzelstaatinnen, sondern auch Gruppe und ein herzliches Willkommen der Gruppe aus Lettland Applaus 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 Und unsere dritte Gruppe ein herzliches Willkommen in Staatsräden aus Finnland Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.